hallo ich habe sehr viel unnötiges weißes aber ich glaube das möchte ich meinen zuschauern nicht geben nur gucken nicht anfassen leute ich habe keine winterreifen draus hier das leidet hier so viel rum wie wie girls immer in meine dms sliden sandy livestream mit anschließendem twitch spannen exakt laura so mache ich das 60 euro dono und ich halte die füße in die cam als hättest du mich jemals weggeballert sandy bis jetzt habe ich meine unterhose noch an du trägst unterwäsche ballern war war ein kurzer besuch nina wie kann man rein und raus verwechseln naja die banane muss rein raus zu meiner verteidigung der ist echt glitschig jetzt muss ich ja nina noch mehr wegballern ich glaube schlimmer wird es nicht mehr nina wir schaffen das dann die halt deine unterhose fest ich komme sandy ich kann es ja auch jetzt habe ich dich aber weggeballert und wie und ich dich danach erst recht ich hab die banane zu spät raus geholt aber ich hab's noch drauf leute ich hab's noch drauf ich will nichts gegenteiliges hören hier ich bin gut ich mach das hervorragend ich möchte von euch hören sandy wieso bist du so gut ist ja fast langweilig dass das so schnell geht bei dir ich war heute auf wohnungssuche und ja jetzt werde ich ein haus anzünden ja aber was will ich mit geld basti ich habe glaube ich noch 300.000 auf dem konto und ich glaube ich habe über eine million ich bin reich chips and dip and prostitutes ganz normaler samstagabend leute und dann mit den prostituierten gemütlichen film auf netflix schauen und dann fragt warum hast du denn die ganzen prostituierten bestellt einfach nur weil ich es mir leisten kann mehr frauenquote bei einbrüchen leute weißes zeige ich bin der einzige streamer auf der gesamten plattform der gta stream und ein animal crossing be right back screen benutzt ich bin der größte gangster überhaupt ich glaube schlimmer wird es nicht mehr nina